Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Slender. Ich habe ja mal angesprochen, dass ich Slender 1 bis 4 Let's Playen werde. Ich will jetzt auch mal hoffen, dass es mit Slender 1 funktioniert. Deswegen entspannt euch. Ich mache jetzt mal auf Windows, das heißt auf einem kleinen Fenster, weil ich weiß jetzt nicht, ob es funktionieren wird. Das letzte Mal, als ich Teil 1 Let's Played habe, oder zumindest versucht, hat er dummerweise nur meinen Desktop aufgenommen. Also machen wir es doch jetzt mal so. Dann bin ich jetzt schon gespannt, was er jetzt mal sagen wird. Da hört ihr auch schon die Laufgeräusche, hoffe ich zumindest mal. Ich stelle jetzt auch etwas lauter, das heißt ich würde mich doppelt so stark erschrecken. Ich bin jetzt auch hier ganz alleine. Aber ich schaffe das schon. Ach ne, ich bin jetzt nicht ganz allein, ich habe den Slenderman. Slender. So, und da geht's auch schon los. Also laufen wir in den dunklen Wald. Es ist tot in Stille. Okay, ich muss sagen, die Eule haben sie gut reingebracht. Ja, so muss ich jetzt nicht mehrmals melden. Ich habe doch gesagt, das ist doch gut. Okay. Okay. Mal sehen, wo ist denn dieser böse Mann? Weil er kommt ja selbst, wenn man nur nicht noch, nicht einmal eine Seite hat. Aber, war der gerade? Nee. Hä? Laufen wir jetzt im Kreis? Okay, dann laufen wir jetzt mal einfach da. Der Baum sieht mir irgendwie unverdächtig aus. Ah, da gibt's doch noch. Oh, ich habe gerade gedacht, da steht doch nichts drin. So. Viel Spaß, Mike. Ach, du Scheiße, sind die Geräusche heftig. Ich höre sie doppelt so stark, weil ich ja noch Kopf habe. Hier das Dum Bum, also Bum Bum, da können wir schon ausklippen. Ich will hier nicht rein. Oh Gott, du hast keine Zeit. Stimmt, das ist hier gerade bildlich vor meinen Augen, wie ich jetzt hier schon steht. Oh, nee, weißt du was? Ich hasse alles gebaut. Ich geh da jetzt einfach aus. Vielleicht kommen wir ja noch. Na, kommen wir nicht. Später auch mal zurück. Ich habe ja mal im Internet gelesen, also, ich weiß zwar, dass es jetzt nicht stimmt, aber der Slender, man soll ja nicht kommen, wenn man noch keine Seite hat. Aber da ich das mal ausprobiert habe, weil ich wollte mal das überall nach den Seiten suchen, also auch im Haus und so, auf einmal stand er da und hatte mich. Da habe ich den Slenderman echt nicht gemocht in dem Moment. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Atmosphäre zerstören, weil wenn er jetzt mal gleich kommt, das passiert eigentlich. auch wenn mich die meisten Leute jetzt hassen werden. doch wenn man nicht aus hat, kann man von dem Slenderman etwas wegrennen, das ist echt gut. Ich habe schon mehrmals gemacht, ich hasse den Ton. Da möchte ich am liebsten jetzt sofort Escape drücken und dieses Scheißspiel ausmachen. Ich will mich ruhig weicher, hier ist mir scheißegal, aber, boah, da bekommt man ja eher Schiss. Ich will mich nicht umdrehen, aber ich mache es trotzdem. Ich weiß eigentlich einer von euch, wieviel so eine Webcam mal kostet, weil ich bei ihnen überlegen, dass wenn ich mal das nächste Mal wieder aufnehme, so mich oben so als kleines Fenster mal mache. Vielleicht. Oh, ich hasse den Ton, ich hasse ihn. Dass er so laut wie der ist. Aber ich muss sagen, oh, gar nicht gewusst, dass er da ist und auf einmal kommt diese Scheißmusik. Und ich wollte gerade noch sagen, noch ist der Snap eigentlich ganz freundlich. Hä, der hat sich mit seinem Rupf verschissen. Ne, da gehe ich nicht ran, ne. Ich denke nicht mal dran. Na okay, ich denke gerade dran, aber. Da! Ich wollte sagen, ah, oh mein Gott, da ist ja dieser böse Mann. Scheiße. Das Bestimmte ist, wenn man Fenster auf hat, dann kann man durch die Sonne kaum was sehen. Ach du Scheiße, jetzt habe ich mich aber wirklich erschrocken. Na toll, der Scheißzaun. Den mag ich am allermeisten. Das sieht aus, wenn er direkt auf den Kersen ist. Was war, du blöder Arsch. Ich bin nicht, ich bin nicht. So, einatmen, ausatmen. Oh, Scheiße. Oh. Das zum Thema. Einatmen, ausatmen. Hör auf zu atmen und lauf du. Pum, 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 Pum. Ja, keine Sorge, sobald ich mit Teil 1 fertig bin, öffne ich mein Aufnahmeprogramm und mach nur auf Pause, dann kann ich das alles schön zusammen machen. Das ist jetzt erstmal etwas weiter. Alter, wieso komme ich immer zum Scheißhaus? Wieso? Soll ich das vielleicht als Zeichen ansehen, oder? Ich sag euch eins, ich geh nicht in das Scheißhaus. Ah ah. Das war's, da er grad so nah bei mir ist. Und da es da so selten Ausgänge gibt. Soll ich das schon? Ich glaub da war's schon. Ja, da war's schon. Ja, da war's schon. Und lauf, 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 lauf. Hä? Komm, gib mir einfach ne Scheißhaus und lass mich in Ruhe. Ja. Boah. Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Ach du Scheiße. Alles klar. Mann hat das Spaß gemacht. So, wir sehen uns dann gleich wieder. So, hallo und willkommen zurück zu Slender Teil 2. Ich würde jetzt mal sagen, ich rede jetzt auch nicht so viel und starte einfach mal das Game. Nehmen. So, da lädt das auch schon. Vielleicht war ich's mir immer noch am liebsten, weil das ist etwas größer. Ja. Ja. Ich bin schon gespannt. Habe ich länger überlebt als in der letzten Folge? Hm. So. Ich drück das jetzt jetzt erstmal nicht weg, weil das nicht geht. Boah. Teil 4 oder Teil 3? Teil 3 oder 4 mal nicht. Wird ja auch so ein ähnlicher Freddy Song gesungen. Ich habe schon umparodiert sag ich mal. 2 1 2 Slenderer kommt vorbei 3 4 5 Er steht vor deiner Tür. Ja. Hör, war hier sonst nicht. Ich auch scheiße. Seite. Hallo. Puh. Denn ich. Ich kann auch ohne euch leben. Nein, war nur Spaß. War nur Spaß. Nein. Seid, kommt her. Komm. Allein schon kommt her. Ja. Jetzt werden die darauf hören. Ich frag mich sowieso. Spiele ich eigentlich hier immer eine Frau? Das hört sich so nach Frauenschritte an. Oh, ich hatte dieses Badezimmer. Das sieht immer so gruselig aus. Oh, nein. Ich mag es. Ich mag es sehr. Ach du Scheiße. Toll. Erste Seite. Und schon klingelt auch mein Telefon. Das kann jetzt etwas scheiße rüberkommen. Ich glaube ich. Jeder weiß ja auch gerade warum. Hm. 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 Oh, Mann. Das wird lustig von gleich einer schreckenden Szene kommen. So läuft wie das ist. Ich mag die Seite nicht. Oh. 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 Wenn du nicht. Waschenber. Waschmaschinen leben länger mit Kalken. Oh, ich hab mich gerade erschrocken weil er geatmet hat. Ach du Scheiße. Waschmaschinen leben länger mit Kalken. wieso geht der mann so beschissene stellen ja mach ruhig noch mehr musik ich hab ja überhaupt keine angst ist der obwohl ich weiß was ich jetzt doch ich würde eigentlich schon wissen ach du scheiße guter tipp niemals 12 hintereinander spielen ach du scheiße jetzt kannst du gegen auto mir hoch ich sag euch jetzt schon mal 1 einmal und nie wieder 1 2 3 4 zumindest hintereinander ja ich glaube gerade mit absicht umkreis weil ich habe irgendwie das gefühl dass hier eine seite ist das leider ist ja sowieso friedlich da braucht man ja keine angst zu haben ich mag ihn nicht ach da kann man sogar das licht ausmachen hihi sicher noch gar nicht aber verpässe ich mit der scheißmusik die ja sicher am meisten ich habe irgendwie das gefühl dass ich in dieser gasse sterbe auch Slenderman bleibt einfach weg von mir und alles ist gut. Echt. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich schon war und wo nicht. Welcher Ding? Mir scheißegal, ich will da jetzt rein. Obwohl, das wollen ist so eine Sache. Okay, da will ich auf jeden Fall jetzt nicht rein. Einfach mal ganz friedlich hier entlang. Nein, schon ganz friedlich, hier kann man irgendwo ganz friedlich entlang gehen. Fly back! Hä? Wo ist denn der? Ach, da ist er. Süß. Hä? Oh. Wieso können wir einfach nicht Freunde sein, hä? Ganz normal Freunde. Ich kann ja auch helfen, die anderen zu jagen. Ich sag sogar, wo die sind. Oh, sieben, sieben, komm, komm, einer noch. Wo ist die scheiß letzte Seite? Komm schon. So geweicht, oder? So geweicht, oder? Eigentlich wollte ich nicht hier lang, wo ich jetzt gehe. Was zum... Jetzt hat er sich teleport hier wieder. Katze mich nicht einfach mal Ruhe lassen, meine Fresse. Ach du... Ich meine, ich will ja noch nicht mal mit ihm spielen oder so. Och komm, hätte ich hier nicht die letzte Seite sein können. Dann wäre jetzt alles, wirklich alles wunderbar. Okay. Ja, ich hab' schon schon, mein Gott. Und wie dann nur die verpickte sieben Seiten? Na gut. Aber so was, ihr könnt jetzt schnell, irgendwie's leider noch 3er machen. Vielleicht ist es auch Teil 4, weiß ich nicht, ich weiß nur, was gibt es vier Teile. Boah, jetzt hab' ich mich schon erschrocken heftig. So, was kann man echt nur machen, wenn man mal echt hier ne Freundin hat. Einatmen, ausatmen. Es ist alles okay. Hör nur auf meine ruhige Stimme. Ach, scheiß drauf, das bringt sowieso nichts, ey. Oh. Ach, fängt doch schon wieder gut an. Ja, das ist der Song, der ich meinte. Ich glaub' hier muss ich jetzt 8 Teddybemps finden, aber hört einfach mal den offenen Song. Ja, halt's im Maul. Ich mein', ganz ehrlich, meine Frage, Leute. Wer würde jetzt schon hier so reingehen? Einfach mal, ne? Das würde keine Sau machen. Oh. Das ist mal sogar mit Körperteile. Mmm, lecker. Wer hat Hunger. Also eben mochte ich es mehr. Mit diesen, uh. Oder was auch immer das war. Oh. Oh. Hör auf zu atmen, hör auf zu atmen, hör auf zu atmen, nur kleines Stück. Mach gleich, warte mal. Äh. Ne, doch nicht. Ich dachte gar nicht, weiß wo. Oh. Ein Moment, ich bin kurz vorm Herzstillstand. Moin, was geht ab? Na, was machst du nachher so? Leute aufschlitzen. Das ist mein Lieblingsspiel. Was ist dein Lieblingshopper? Okay, bitte zu euch aber auch auf. Weil ich weiß, es kann auch nicht mal, wo der Scheißländer... wo das ist weg, Sarah, vom, 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 vom... Nein, ich hatte keine Angst. Hier habe ich nur verschluckt. Moment. Ich habe, das geht gleich. Meine eigenen Schlucke habe ich mich gerade verspuckt. Äh, verspuckt, ja, das ist halt schon. Verschluckt. Oh. Ah, wir finden doch mal nebenbei ein Teddy. Ich will mit meinem Teddy kuscheln. Da brauche ich eigentlich acht Teddys, das ist immer so unnötig. Nett. Es sieht besser aus, als wurde ihm die Haut abgezogen. Also diesen Teil darf man echt nicht so ab... Da ich 16 bin, also nicht so ab 18 eigentlich freigehen lassen. Oh, ich vergiss immer, dass beim dritten immer diese scheiß Geräusche kommen. Komm schon, mir ist langweilig, mach mal was. Ich finde immer mehr Teddybären, das kannst du doch nicht zulassen. Obwohl, ich weiß was, doch das kannst du zulassen, lass es einfach so. Das ist aber mein großer Teddybär. Oh. Punkt, pom, 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 dich doch selber. Okay, bitte jetzt alle für mich mitbeten. Bitte sei nicht da, bitte sei nicht da, bitte sei nicht da, bitte sei nicht da. Yes. Okay, bitte sei nicht da, bitte sei nicht da, bitte sei nicht da. Okay. Flipper. Für alle Leute, die wirklich gerade gebetet haben, danke. Danke. Und für alle Leute, die gerade gebetet haben, dass er da ist, ich hasse euch. Und von ihr, warte mal. Seid ja... Äh? Lol. Das hatte ich echt gerade das Gefühl, es sind zwei Stück, aber ich will da gleich rein, das ist ein Teddy. Okay. 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 Und ich hasse dieses Game. Obwohl, diesmal habe ich mich am Ende nicht so sehr erschrocken. So. Und jetzt, gleich am Schluss, Teil 4. Woher Hospice ist der beschissenste Teil, den habe ich schon einmal angezockt, bis er mich bei der zweiten Seite gefunden hatte. Aber ich weiß, ihr findet es witzig. Ich nicht. Mein Herz kloppt gerade wie verrückt, das ist heftig, ey. Und ich weiß, ihr habt euch einmal nicht wieder, ich hasse euch jetzt schon nicht, ja, den Anfang. 1, 2, Slender kommt vorbei, 3, 4, er steht vor deinem, er steht vor deiner Tür, 5, 6, er hat dich schon, pum 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 pum. 7, 8, es ist jetzt mitternacht, 9, 10, er hat dich schon gesehen, äh, lol. Ah, äh, willst du mich verarschen? 12 von 16, hä? 1, 2, das ist unlogisch, ich habe nur eine Seite. Von 16, hä? Also... Naja, ich muss es jetzt auch nicht checken. Loll, das sehen ja alles so lustig aus. Ha, ich habe es doch geahnt. So, und jetzt soll ich nochmal einen Typ begutachten, und jetzt können wir ihn nicht schon bestimmen. Wer guckt? Ich sag schon gar nichts mehr dazu. Ah, ne, hier war ich schon mal, ah, ah, ne, das kommt als letztes. Als ich angezockt habe, weil das, was ihr gerade gesehen habt, mit der Mülltonne, das führt in eine portale Sack, als bisher jedes Mal war es schon so. Also, ich habe das dreimal gezockt, dreimal hat er mich nur dort erwischt. Mal sehen, ob er mich jetzt erwischt, garantiert nicht da. Das ist eigentlich auf alle 8 Seiten. Hm, ich kann mich hier ausmachen, kurz. Das bringt einen Dreck. Ja, die Teile kann ich so mal abwerfen, aber das bringt irgendwie nichts. Ich hasse dieses Game. Alter. Ich finde es irgendwie lustig, diese Teile zu verlegen. Ich werde es auch so sehr gut sein. Ich bin ein Dreck. Echt? Ich bin ein Dreck. Ich bin ein Dreck. Ah, jetzt finde ich die Seite bisher aber schnell und ich weiß wirklich nicht wo sich alle befinden, also so ist es jetzt nicht dass ihr denkt, ach der weiß ja schon wo alle sind, das wäre jetzt eigentlich nur Glück. Verpiss dich einfach! Oh, ich hatte schon ein mieses Gefühl. 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 Fuck, 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 wo war die Scheiße? Ah. Leute, ihr werdet es kaum glauben, aber ich könnte es jetzt wirklich schaffen. Bleib du jetzt da. Ja, hab alles! Was? Fick dich! Fick dich! Nein, das gibt's nicht! Oh, ich hasse es! Oh, ich hasse es! Oh, ein Moment! Oh, nee, jetzt muss ich jetzt noch Pause machen. Alter! Ich reg gleich weiter mal. So, mir geht's jetzt eindeutig besser. Ich hab jetzt grad so oft gegen den Tisch gehauen, dass meine Hand fast blutet. Das war jetzt nur Spaß. Ich hab zwar gegen den Tisch gehauen, aber meine Hand wird nicht anfangen zu bluten. Hoffe ich zumindest. Oh, ey, das kotzt mich jetzt an. Ich hab ausnahmsweise immer alle Seiten. Ausnahmsweise. Oh, nee, das gibt's einfach nicht. Na gut, Leute, ich werd jetzt auch sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.